Jeder von uns hat einen Engel. Einen Beschützer, der über uns wacht. Wir wissen nicht, welche Gestalt sie annehmen. Heute ist es ein alter Mann. Mom, ein kleines Mädchen. Aber lasst euch nicht durch ihre Erscheinung täuschen. Sie können gewaltig sein, wie ein müder Drache. Doch sie sind nicht hier, auch an unserer Stelle zu kämpfen. Sie flüstern uns an uns. Erinnern uns daran, dass es an uns liegt. Dass jeder von uns die Macht über die Welt besitzt, die wir erscheinen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis dann. Jeder von uns hat ein Länge, ein Beschlüsse, der bei uns macht. Wir wissen nicht, welche Gestalt sie von wem. 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 Wir wissen nicht, welche Gestalt sie von wem.